Sura 25 Al-Furqan Die Unterscheidung Offenbart zu Mekka 77 Ayat Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen, voller Segen ist er, der die Unterscheidung zu seinem Diener herabgesandt hat, auf dass er ein Warner für die Welten sei. Er ist es, dessen das Königreich der Himmel und der Erde ist, der sich keinen Sohn genommen hat und der keinen Partner im Königreich hat und der jegliches Ding erschaffen und ihm das rechte Maß gegeben hat. Und doch haben sie sich Götter außer ihm genommen, die nichts erschaffen haben, sondern selbst erschaffen worden sind, die weder für sich selber Macht über Schaden und Nutzen noch Macht über Tod, Leben und Auferweckung haben. Und jene, die ungläubig sind, sagen, dies ist ja nichts als eine Lüge, die er erdichtet hat und andere Leute haben ihm dabei geholfen. Wahrlich, sie haben die Ungerechtigkeiten und Lügen vorgebracht. Und sie sagen, das sind Fabeln der Früheren. Er hat sie aufschreiben lassen und sie werden ihm am Morgen und am Abend diktiert. Sprich, er, der das Verborgene von Himmel und Erde kennt, hat ihn herabgesandt. Er ist wahrlich allverzeihend barmherzig. Und sie sagen, was ist mit diesem Gesandten, dass er Speise isst und auf den Märkten umhergeht? Warum ist kein Engel zu ihm herabgesandt worden, um als Warner bei ihm zu sein? Oder warum ist ihm kein Schatz herabgeworfen oder kein Garten gegeben worden, wovon er essen könnte? Und die Ungerechten sagen, ihr folgt nur einem Mann, der einem Zauber zum Opfer gefallen ist. Schau, wie sie dir Gleichnisse prägen. Sie sind irre gegangen und können keinen Ausweg finden. Voller Segen ist er, der, wenn er will, dir Besseres als all dies gewähren wird. Gärten durch die Bäche fließen und dir auch Paläste geben wird. Nein, sie leugnen die Stunde. Und denen, welche die Stunde leugnen, haben wir ein Höllenbrand bereitet. Wenn er sie aus der Ferne wahrnimmt, werden sie hören, wie er gräult und laut aufheult. Und wenn sie zusammengekettet in den engen Raum des Feuers geworfen werden, dann werden sie dort die Vernichtung wünschen. Wünscht heute nicht nur einmal die Vernichtung, sondern wünscht die Vernichtung mehrere Male. Sprich, ist dies nun besser oder das Paradies der Ewigkeit, das den Gerechten verheißen wurde? Es wird ihre Belohnung und Bestimmung sein. Darin werden sie haben, was immer sie begehren, und sie werden auf ewig darin verweilen. Dies ist eine Verheißung, die bindend für deinen Herrn ist. Und an dem Tage, da er sie und jene, die sie an Allahs Stadt verehren, versammeln wird, da wird er fragen, wart ihr es, die meine Diener irregeführt habt, oder sind sie von selbst von dem Weg abgeirrt? Sie werden sagen, gepriesen bist du, es geziemt uns nicht, andere Beschützer als dich anzunehmen. Du aber beschertest ihnen und ihren Vätern die guten Dinge dieses Lebens, bis sie die Ermahnung vergaßen und ein verlorenes Volk wurden. Nun haben sie euch für das, was ihr sagtet, der Lüge bezichtigt, und ihr könnt weder die Strafe abwenden, noch euch helfen. Und den, der von euch Unrecht tut, werden wir eine große Strafe kosten lassen. Auch vor dir schickten wir keine Gesandten, ohne dass sie Speise aßen oder auf den Märkten umhergingen. Und wir machen die einen unter euch zur Prüfung für die anderen. Wollt ihr also geduldig sein? Und dein Herr ist allsehend. Und diejenigen, die nicht mit unserer Begegnung rechnen, sagen, warum werden keine Engel zu uns herabgesandt? Oder warum sollten wir nicht unseren Herrn schauen? Wahrlich, sie denken zu hoch von sich und haben die Schranken arg überschritten. Am Tage, wenn sie die Engel sehen, keine frohe Botschaft sei für die Schuldigen an diesem Tage. Und sie, die Engel, werden zu ihnen sagen, das ist euch verwehrt, verboten. Und wir werden uns den Werken zuwenden, die sie gewirkt haben, und werden sie wie verwehte Stäubchen zunichte machen. Die Bewohner des Paradieses werden an jenem Tage die bessere Wohnstadt und den würdigeren Ruheplatz haben. Und an dem Tage wird sich der Himmel mitsamt den Wolken spalten, und die Engel werden ununterbrochen herabgesandt. Das Königreich, das Wahrhaftige, an jenem Tage wird es des Allerbarmers sein. Und ein Tag soll es sein, der schwer für die Ungläubigen ist. Am Tage, da der Ungerechte sich in die Hände beißen wird, wird er sagen, oh, wäre ich doch den Weg mit dem Gesandten gegangen. Oh, wehe mir, hätte ich doch nimmermehr den So und So zum Freund genommen. Wahrlich, er führte mich irre, hinweg von der Ermahnung, nachdem sie zu mir gekommen war, und Satan lässt den Menschen im Stich. Und der Gesandte sagte, oh, mein Herr, mein Volk hat wirklich diesen Koran von sich gewiesen. Und so gaben wir jedem Propheten einen Feind aus den Reihen der Sünder. Doch dein Herr genügt als Führer und als Helfer. Und jene, die ungläubig sind, sagen, warum ist ihm der Koran nicht in einem Zuge herabgesandt worden? Dies geschieht, weil wir dein Herz dadurch stärken wollen. Und wir haben seine Anordnung recht gut gemacht. Und sie kommen mit keinem Gleichnis zu dir, ohne dass wir die Wahrheit und die schönste Erklärung brächten. Diejenigen, die auf ihren Gesichtern in Jehannem versammelt werden, sie werden in der schlimmsten Lage und vom Weg am weitesten abgeirrt sein. Und wahrlich, wir gaben Moses die Schrift, und zugleich haben wir ihm seinen Bruder Aaron als Helfer zur Seite gestellt. Dann sprachen wir, geht beide zum Volk, das unsere Zeichen verworfen hat. Dann zerstörten wir sie alle vollständig. Und das Volk Noas, als sie die Gesandten verleugneten, ertränkten wir sie und machten sie zu einem Zeichen für die Menschen. Und wir haben für die Ungerechten eine schmerzliche Strafe bereitet. Und so auch für die Art, die Tarmut und die Leute vom Brunnen und für so viele Geschlechter zwischen ihnen. Ihnen allen prägten wir Gleichnisse und sie alle zerstörten wir vollständig. Und wahrlich, sie kamen vorüber an der Stadt, auf die ein Unheilsregen niederging. Haben sie sie denn nicht gesehen? Nein, sie rechnen nicht mit der Auferstehung. Und wenn sie dich sehen, treiben sie nur Spott mit dir. Ist das der, den Allah als Gesandten erweckt hat? Wahrlich, er hätte uns beinahe irre geführt. Hinweg von unseren Göttern hätten wir nicht geduldig an ihnen festgehalten. Und sie werden erfahren, wenn sie die Strafe sehen, wer weiter vom Weg abgeirrt ist. Hast du den gesehen, der seine persönliche Neigung zu seinem Gott macht? Könntest du wohl sein Wächter sein? Meinst du etwa, dass die meisten von ihnen hörten oder verständen? Sie sind nur wie das Vieh. Nein, sie sind noch weiter vom Weg abgeirrt. Hast du nicht gesehen, wie dein Herr den Schatten verlängert? Und hätte er gewollt, hätte er ihn stillstehen lassen, dann machten wir die Sonne zu seinem Wegweiser. Dann ziehen wir ihn sachte zu uns und er ist es, der euch die Nacht zu einer Verhüllung und den Schlaf zur Ruhe und den Tag zur Regsamkeit gemacht hat. Und er ist es, der die Winde als Freudenboten seiner Barmherzigkeit herabsendet. Und wir senden reines Wasser aus den Wolken nieder, auf das wir damit ein totes Land lebendig machen und auf das wir damit unsere Schöpfung zu trinken geben, dem Vieh und den Menschen in großer Zahl. Und wir haben es, das Wasser, unter ihnen verteilt, auf das sie darüber nachdenken mögen. Die meisten Menschen jedoch lehnen alles ab, nur nicht den Unglauben. Hätten wir es gewollt, hätten wir gewiss in jeder Stadt einen Warner erwecken können. So gehorche nicht den Ungläubigen, sondern eifere mit ihm, dem Koran, in großem Eifer gegen sie. Und er ist es, der den beiden Gewässern freien Lauf gelassen hat, zu fließen. Das eine ist wohlschmeckend süß und das andere salzig, bitter. Und zwischen ihnen hat er eine Scheidewand und eine sichere Schranke gemacht. Und er ist es, der den Menschen aus Wasser erschaffen hat und ihm Verwandtschaft und Schwägerschaft gab und allmächtig ist dein Herr. Dennoch verehren sie statt Allahs das, was ihnen weder nützen noch schaden kann. Der Ungläubige ist ein Helfer gegen seinen Herrn. Und wir haben dich nur als Bringer froher Botschaft und als Warner gesandt. Sprich, ich verlange von euch keinen Lohn dafür, nur das eine, dass jeder, der will, den Herrn einschlage und vertraue auf den Ewig Lebenden, der nicht stirbt und preise seine Lobenswürdigkeit. Es genügt, dass er gegenüber den Sünden seiner Diener wohlwissend ist, der die Himmel und die Erde und was dazwischen ist, in sechs Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Der Allerbarmer befrage über ihn einen, der Kenntnis von ihm hat. Und wenn zu ihnen gesprochen wird, fallt vor dem Allerbarmer in Anbetung nieder, sagen sie. Und was ist der Allerbarmer? Sollen wir vor irgendetwas in Anbetung niederfallen, nur weil du es uns befiehlst? Und es verstärkt nur ihren Widerwillen. Voller Segen ist er, der Burgen im Himmel gemacht und eine Leuchte und einen scheinenden Mond dareingestellt hat. Und er ist es, der die Nacht und den Tag, die einander Folgen gemacht hat, für einen, der daran denken oder dafür dankbar sein möge. Und die Diener des Allerbarmer sind diejenigen, die sanftmütig auf der Erde schreiten und wenn die Unwissenden sie anreden, sprechen sie friedlich zu ihnen. Sie sind jene, die die Nacht damit verbringen, sich niederzuwerfen und zu beten. Und sie sind es, die sagen, unser Herr, wende von uns die Strafe der Jahannem ab, denn wahrlich ihre Pein ist eine bedrückende Qual. Sie ist wahrlich schlimm als Ruhestadt und als Aufenthalt. Und die, die, wenn sie spenden, weder verschwenderisch noch geizig sind, dazwischen gibt es einen Mittelweg. Und die, welche keinen anderen Gott außer Allah anrufen und niemanden töten, dessen Leben Allah unverletzlich gemacht hat. Es sei denn, sie töten dem Recht nach und keine Unzucht begehen. Und wer das aber tut, der soll dafür zu büßen haben. Verdoppelt soll ihm die Strafe am Tage der Auferstehung werden, und er soll darin auf ewig in Schmach bleiben, außer denen, die bereuen und glauben und gute Werke tun. Denn deren böse Taten wird Allah in Gute umwandeln, und Allah ist ja allverzeihnd barmherzig. Und der, der bereut und Gutes tut, der wendet sich in wahrhafter Reue Allah zu. Diejenigen, die nichts Falsches bezeugen, und die, wenn sie unterwegs leeres Gerede hören, mit Würde daran vorbeigehen, und diejenigen, die, wenn sie mit den Zeichen ihres Herrn ermahnt werden, deswegen nicht wie taub und blind darauf stürzen, und diejenigen, welche sagen, unser Herr, gewähre uns an unseren Frauen und Kindern Augentrost und mache uns zu einem Vorbild für die Gottesfürchtigen. Diese werden mit der höchsten Stätte im Paradies belohnt, weil sie geduldig waren, und Gruß und Frieden werden sie dort empfangen. Ewig darin verweilend, herrlich ist es als Ruhestadt und als Aufenthalt, sprich, was kümmert sich mein Herr um euch, wenn ihr nicht zu ihm betet? Ihr habt ihn ja geleugnet und das wird euch nun anhaften. Ruhestadt